Jetzt erluft's! Achtung, von vorne! Basis-Volka! Ja, warum stehe ich hier wie der Captain Iglo? Heute haben wir auch schon mitgekommen, natürlich nicht mit Wurstler, sondern mit Fischstäbchen, verdanken! Nur verdanken habe ich die Nominierung der Lechana Gersthofen und der Feuerer Höppling von dieser Stelle, vielen Dank! Ihr hört's im Hintergrund passen, meine Musikkameraden mit dem Bannfuß-Polka, das würden die und die auch aufpassen, dass er braucht, und jetzt sind schon bald gut hervorragend! Captain Iglo lässt grüßen! Und jetzt werden wir unsere Nominierung in der Kult nominieren, während wir keinen Großvitz auf die Fastenzeit, aber wir bedanken uns, von denen auch eine Spende werden wir machen! Und zwar, am 14.07. spielen wir am Gartenfest zu den Körperbehinderten im Bergheim und da werden wir denen 200 Euro überein! Und jetzt machen wir uns die Baufuß-Polka noch an und dann gibt's Fischstäbler! Fischstäbler! Ohne Remoulade! Möge 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 Das war's. Das war's.